Hallo, mein Name ist Loris Hoffmann. Ich bin 17 Jahre alt, spiele im defensiven Mittelfeld. Meinem Serienverein sind SV Unterweissach, VfB Gemberg KM, TSG Backnang und seit einem Jahr spiele ich in Freiberg. Meine persönlichen Ziele sind wieder fit zu werden. Ich bin jetzt verletzt und mich persönlich weiterzuentwickeln hier. Die Ziele mit der Mannschaft sind eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen und dann schaut mal, was noch gehen kann.